Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Passwinder und wir wollen jetzt versuchen die Tür zu öffnen. Hopp. So. Okay. Tattoo, der ungewiss eines unbekannten Artefaktes verschwindet in dem Portal und Tattoo dreht sich zu dir um. Es sieht immer noch aus wie ein Kobalt, scheint es aber für sinnlos zu halten, in seiner Tarnung es zu halten. Oh, mein kurzer Schatz nach Rivale, ihr kommt zu spät, wie immer. Ein gut gemeinter Rat, nehmt ihn an. Irgendwelchen, er nimmt ja an irgendwelchen Rennteil, Geschwindigkeit ist nicht eure Stärke. Was soll an die Verkleidung, Tattoo? Meint ihr die Vorstellung, die ich den Kobalten gegeben habe, war das nicht eine ausgezeichnete Idee? Die armen Burschen haben alles getan, was ich wollte, sogar einen Krieg mit ihren geliebten Nachbarn, den Winzlingen, haben sie vom Zaun gebrochen. Ich musste mich überhaupt nicht anstrengen, um meine Mission zu erfüllen. Deshalb werde ich euch und euresgleichen immer einen Schritt voraus sein. Ach. Und das ist die Person, die ich beinahe zum Helden meines Buches gemacht hätte. Bosheit hat zweifellos ihre Vorteile, aber am Ende kommt sie immer und die Betonung liegt auf immer, was sie verdient. Ich weiß, du bist ein pitaxianischer Spion. Aber ihr kennt meine Mission doch gar nicht und ihr werdet sie auch nie erfahren, weil ich nichts sage und es nur darum geht, euer enttäuschtes Gesicht zu sehen. Was hast du hier gesucht? Wozu brauchst du das alles hier? Haltet mich nicht für einen Idioten, ich werde euch nichts sagen, abgesehen davon, dass ich euch töten werde. Ach übrigens, wusstet ihr, dass ich euch töten werde? Wir werden kämpfen, um unseren Streit beizulegen. So. Weißt du, dass du überhaupt überleben? Ähm. Alter Föller! Alter Föller! Alter Föller! Alter! Du willst ein Tankig ankommen! Alter Föller! Eieieiei! Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Du willst ein... Du musst doch wahrscheinlich den friedlichen Weg finden, äh wählen. Alter Föller! Alter Föller! Ein Feuerball... Und das ganze Team war down. Wollte das nochmal? Hm. Mal los. Fortfahren, fortfahren. Ich glaube nicht, dass wir kämpfen müssen. Regeln wir die Angelegenheit doch friedlich. Natürlich tun wir das. Einfalls pinseln. Ihr wisst zu viel. Um ehrlich zu sein, ich habe langsam genug von euch. Ja. Kannst du dir einfach gleich ein Feuerball hinpratzen? Das kriegen wir nicht geregelt. Vielleicht kommen wir ja mit einem Sturmangriff durch. So, wir haben jetzt zwei. Ein. Haben wir noch... Ein. Aber auch schon einge... Geht das irgendwo... Ja, geht die an uns. Wenn man... Tut mir los geht. Du wirst gut. Oh, das war der Antakten. Okay. Ich sehe deinen Angelegenheit. Ich habe auch noch eine Reise. Komm. Los. Auch noch einer. Junge, Junge, Junge. Das Geld nehmen wir mit. Was ist das für ein Schwert? Gut, Schwert. Nehmen wir mit. Nur hier, ein Speer brauchen wir nicht. Eine Perle. Wie bringt das? Egal. Egal. Hat er so schönes? Das tut schon. Hat er zerbrochen. Ein Armbrot aus Rostdorf. Mach ich ein Schlapp mit Schossen. Einen Ring. Gehen wir mal noch nicht. Oder? Ach. So, haben wir hier noch drin. Ein Marieresturm. Ein Granat hängen. Ein Schweres Schild. Ein Schweres Schild. Okay. Ein Schweres Schild. Ein Schweres Schild. Ein Schweres Schild. Okay. Dann sind wir hier durch. Am Ausgang der Arnold Tristow auf Bdaa, die Könige der Winselige und Russ Schuppe und den Häuptling der Kobolde. Sie sehen sich misstrauisch an und können ihren Wut kaum zügeln. Aber niemand greift ein. Hör an. Du versprechen. Findet Wahrheit. 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 Sagen. Du finden Schamane. Die Wahrheit sagen. Tartuk hat alle getäuscht. Er war es, der es den Kobolden, den Aronast gestohlen hat, um einen Krieg mit den Winseligen auszulösen. Er hat mich angriffen und wurde getötet. Jetzt bin ich im Besitz der beiden heiligen Äste. Heimtückisch. Verrat. Ich kenne Verräter mit violeter Haut. Beide Äste ihre Besätze angeben. Nun, da ihr die Wahrheit kennt, müsst ihr euren sinnlosen Streit beilegen und wieder in Frieden zusammenleben. Der wahre Aggressor hat seine Rechtschaft erhalten. Na nun, dass der Tartuk tot ist, ne? Nein. Wir nehmen natürlich die Rechtschaft halt gut. Der Häufling hält den heiligen Ast in seinen Händen. Seine Augen sind voller Säure. Viel Blut vergossen. Nicht einfach vergessen. Aber wir versuchen kein Winsel jemals wieder böses tun. Du, Freund. Willkommener Gast. Immer. Die Königin schüttelt Gedanken verloren in den Kopf. War viel tot. Schwer zu vergessen. Böses Blut. Aber ich weise Königin. Binden andere Weg. Nicht töten Kobolde mehr. Verbündeter, du tapfer und gerecht. Du, unser Gast. Geschätzt immer. 2304 Erfahrungspunkte. Erstaunlich. Ihr habt sie dazu gebracht, sich zu versöhnen. Gute Arbeit. Und ich dachte, ein Kampf sei unvermeidlich. Ja. Das ist doch gut. So, haben wir das auch entledigt? Da war mir ja klar, dass er es so friedlich lösen kann. Und es sollte oder möchte. Das, was wir jetzt noch machen können. An einer Stelle war noch ein Weg nach draußen. Zwar da, wo die Spinnen waren. Ich bin mal hier unten. Muss mal in eine andere Richtung gehen. Oder? Ja, hier dann. Das würde ich gerne noch untersuchen. Wo es da hingeht. Obwohl wir uns einen Kampf nicht leisten können. Was bei einem Spektakel. Der Verräter, Diener der Diener der landischen Königs. Sein Königs. Sein Königs. Sein Königs. Du sagst, ergebt dich mein glückloser Spaßmacher. Deine Vorstellung ist noch nicht vorbei. Ne, ne? Wäre ja auch so schön gewesen, eine Tattoo wäre wirklich schon tot. Wäre das ja zu Ende. Wir müssen ja natürlich noch ein bisschen was erforschen und hier und so. Was würde passieren, wenn wir jetzt zurückgehen? Dann müsst ihr an den vorbei. Auch das will ich mir angucken. Das will ich wissen. Da sind jetzt alle tot herum. Müsste ja eigentlich hier noch vorbei. Und die Leiche ist weg. Naja. Ja, was kann man sonst noch machen? Also ich werde dann doch nicht diesen einen Weg gehen nach draußen, oder? Ich weiß es nicht. Na doch, machen wir. Ich werde mir dieses Jahr mal suchen. Denk ich mir mal. Bei 15 Minuten. Ach, weiß ich. Hättet ihr euch auch so entschieden, oder hättet ihr eigentlich den Krieg hier voll provoziert. Das würde mich auch noch mal interessieren, die ihr entschieden hättet. Ich fülle mir gerade was ein. Wir haben noch ein bonus auf alle Rüstungsklassen. Also alles auf die AK. Da passiert nichts. Ähm. Hat den schon. Du hast den noch nicht. Sack. Ähm. Wollt ihr noch machen könnten. Ein Turmstedt, ein Schwerasche. Nö. Na doch. Eigentlich minus 2 zusätzliche Angriffsbonus. Das ist glaube ich noch besser. 22, 21, 21. Ne, wir lassen den. Hmm. Egal. So, wir laufen jetzt hier hin. Also es müsste ja nicht hier runter sein und dann noch ein Stückchen hoch. Oder war das Derwig da? Wer war das? Stimmt. Da muss man hin. Das ist ja auch nicht. Das ist so wichtig. Das ist ja auch nicht. wir hier rum also also ziemlich nervig ist das jetzt hat sich mit der dunklen seite so verflochten muss dass der nicht einfach nachgibt das ist natürlich auch scheiße also dieses land gibt es so riesen spinnen und hier so davon wollen wir als charakter warum werden naja ist auch so eine sache und denke tut das wirklich nicht in der hut wer nicht wir müssen da wieder naja es ist auf jeden fall so eine schöne schlechte sache los da geht es nicht rüber damit da ist auf jeden fall schon spannend aber auch teilweise ein bisschen berechenbar die story hier war die mit der skelettkriegern die ist belastet komment hat die denn nichts die hat nur eine rüstung an und ein schwert und ein schild die 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 heute. Tschau!